so was geht ab leute hallo business call beendet was geht alles klar wir haben so eine kleine überlegung gemacht ihr könnt mal reinschreiben was ihr davon haltet und zwar haben wir gedacht wir machen gleich fooddraft und da muss man natürlich versuchen das beste fooddraft hinzubekommen und der verlierer muss sein erstes set abstoßen jetzt anfangen ok was ist denn wenn muss ich 100 chemie haben ja insgesamt zählt alles also schrieb plus rating und chemie sehr sehr wichtig bei rating also racing hast ja immer 89 bis 94 ja okay macht das schon viel mehr aus 3421 343 gehen mit der 432 das ist echt krasse formation 4 321 343 3421 das sind schon da wird die richtig gut was vorgeschlagen ja aber eher dreierkette also noch mal für alle falls jemand rein schreibt die mods am besten es geht hier um wer sein erstes set in der leitung abstößt der verlierer von diesen jobs entweder eine oder ich falls jemand fragt die chat können wir es auf jeden fall gerne einschreiben dann müssen wir das nicht immer die ganze erklärt also er fängt an danach komme ich jetzt go ok welches nehmen was sagst du ich wird die 4 312 nehmen die ja nämlich stimmt einfach die jetzt ja ich bin vierer ketten fällen kommen vierer kette so oder das war nicht gut gar nicht gut ja ok 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 let's go ja ok und jetzt kommt der noch neymar und nämlich safe in del piero natürlich das fängt doch schon mal super an hier kommt noch ein corner oh was sieht ja mal richtig geil aus bisher jetzt wenigstens ein joshin nein von hinten oder von vorne sagt egal dass du verlierst fang irgendwo von vorne kommt schon leute alter ja was ist das man leute ihr dürft ihr nicht helfen helft ihr mir ist ja ich muss überlegen digga wow ok stimmt schon mal jetzt musst du nur noch ein paar spieler ja da kommt ein dicker fisch warum rating da kannst du den stürmer auspacken ja eben wundervoll sieht das gut aus mit der chemistry ja guck mal was kommt nein 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 ja mhm come on come on come on come on das sieht sehr gut aus leckerli jetzt bitte nichts 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 was geht hier ab alter ja das ist gut warum ist das gut ja für mich ja weil du keine ikone bekommen hast komm jawohl 191 wird das doch safe sein wenn du ein bisschen tauscht kriegst 191 aber vielleicht kriegst 192 das ist die gute frage ok du kannst jetzt weitermachen mehr geht nicht sicher ja ok so ok dann geh mal rein jetzt kurz ich hole mir jetzt das draft 343 schon mal gut 343 flach komm gib mir guten kapitano komm ah den nehmen wir mal mit hier ok let's go komm schon niemals oh was geht denn hier ab alter ja zwei potten und jetzt noch den del piero oh 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 ey digga willst du mich ficken oh das ist doch nicht normal alter was ist denn hier los oh boric komm komm ja Philippe Andersson kann man glaub ich gut mitnehmen ja bei mir geht das ein bisschen schneller ich hab den Durchblick passt auf Piquet kann man gut mitnehmen sehr gut ja hier brauchen wir erstmal noch einen ja gut ja mein Silberspieler ok bisher ist die Verteidigung geht so ja komm nicht grad noch ein Auge das ist schon mal gut ey was machen wir gehen wir mit dem Test Degen oder nehmen wir Fabinho für Van Dijk und gehen dann komplett mit äh Dingens boah schwierig man ich würde sagen wir gehen mit Fabinho packen den hier erstmal ein gibt es jetzt erstmal ein Downgrade aber so sind wir bei 88 ja Fabinho save uuuuuh aber das ist natürlich jetzt schwierig man komm schon Nein Ikona 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 ich habe Hazard Neymar Neymar passt gut rein oder ja man Neymar passt passt LF LS kann man eigentlich machen ne oder Hazard aber ich glaube das macht im Endeffekt keinen Unterschied ne was sagt ihr Robertson Innenverteidigung wäre auch krass ne Was sagt ihr? Fabinho könnte man auch in die Innenverteidigung tun, das stimmt. Ja, man, dann könnten wir. Hazard, ne? Ja, ich glaube, wir gehen mit Hazard. Es ist einfacher zu linken. Komm, wenn wir das jetzt... Hast du da vor, Alter? Warum denn? Würdige Experimente hier. Ja, man, zack. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Chemistry. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Keeper. Wir brauchen Chemistry. Messi ist gut. Messi ist sehr, sehr, sehr gut. Bam. Zack. Okay, Ratings sind wir gut dabei. Wir brauchen noch Chemistry. Wir brauchen eine Ikone. Was kriegst du für das Spiel da, Alter? Ali, danke für das Euro. Na, Euro bringt nichts, ne? Der ist nicht mehr dabei, Bro. Na, warum will ich nicht Kontakt mehr mit dem Ali? Safe, Ibra. Safe. Komm. Oh. Ich glaube, ich scheiß mal rein. Ich weiß es noch nicht. Ich brauche auf jeden Fall Keeper. Ansonsten ist das, glaube ich, gelaufen. Komm. Okay, Laporte ist schon mal gut. Laporte ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich muss das jetzt erst mal so machen. Zack. Okay, ich brauche auf jeden Fall einen Keeper. Jetzt kommt der Rea. Ich brauche auf jeden Fall einen Keeper. Aber ich kann auch sonst... Ne, ich weiß es nicht genau. Ich muss es erst mal dehnen. Digga, meine Bank ist richtig kackig. Komm. Thomas. Äh. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt muss ich überlegen. Also ich könnte Dings wie der Rapique reintun. Aber dann kriege ich keine Full Chemistry. Wenn ich jetzt diesen Keeper hier nehme, komme ich bestimmt auf Full Chem. So hart, ne? Was sagt ihr? Hart? Hart, 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 hart. Ja, wir müssen mit Hart gehen. Neun nur. Was? Okay, okay. Wir haben ein Problem. Hör mal auf, so abzuschmatzen hier. Ne. Ich muss mich konzentrieren. Okay, zack. Bam. 98. Oh mein Gott. Du hättest doch Dingens Sillis in wegen Van Dijk. Weil die beiden Holländer sind. Der war ja bei Barca. Ey, warum sagt ihr mir das nicht vorher? Ey. Ich sehe nur, dass die Hart reinschreiben, ne? Ich sehe die ganze Zeit nur Hart. Ja gut. Das wäre ärgerlich. Aber ich habe schon mal ein 191. Ich muss jetzt nur irgendwie noch auf zwei Chemistry-Punkte kommen. Irgendwie. Ja, ja, Trainer sowieso. Aber ich will vorher gucken, ob ich noch irgendwas machen kann. Zack. Ja, safe. Irgendwie schaffe ich das schon. Ich gucke mal, ob ich hier, ob ich ein 92er hinbekomme. Hä, warum geht das jetzt runter? Weil ich kriege auch kein 192er hin. Messi mit Figo. Ne, macht keinen Sinn. Ähm, doch. Reicht sogar. Aber ich kriege trotzdem kein... Einfach, warum kriege ich kein 192er hin? Komm. Nein. Ey, gib mir doch bitte irgendwie. Gib mir doch irgendwie. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Ähm, wo könnten wir noch was droppen? Engländer haben wir überhaupt einen Engländer? Also eigentlich macht nur der Sinn, weil die Ligen sind alle kacke. Müssen wir einfach... Oder wir nehmen Schweden, aber dann... Ne, das wird auch nichts. Schweden mit Ibra bringt gar nichts. Müssen wir den hier nehmen. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was geht, Mann. Dann müssen wir einen Peck ziehen, ne? Ach, hör mir auf. Grüße ja an Serhan aus Oberhausen. Es geht ab. Fuck. Was ist denn, wenn du Aguero instürmtest? Wo ist denn Aguero? Ach, hast du nicht genommen, ne? Ibra. Irgendjemand schreckt Aguero, Alter. Ja, das war bestimmt auch der, der eben meinte, einen Sillison nicht. Ey, das wäre echt gut gewesen, ne? Wenn ich einen 84er hier reinpacke, ne? Leute, lass uns einen Daumen nach oben sagen. Aber mehr geht auch nicht. 191er. Da müssen wir einen Peck ziehen, ne? Das ist doch scheiße. Okay, so. Fängst du an, oder ich? Du. Kein Workout. Zählt kein Workout. Boah. Kein Schlitz, kein Schlitz. Ja, kein Schlitz. Ist gut. Bitte, bitte niedrig. Gibt 79 oder so. 79. Stimme. Uh, 81. Das ist, das, das ist okay, glaube ich. Fuck, 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 fuck. 81. Ich save, save, gleich, lass jetzt aus. Ich kann weiterziehen. Alter, die Fress, dann gehen wir zu dir rüber. Komm, let's go. Bitte. Schlitz. Save Workout. Jetzt kommt ein Totz. Komm, Schlitz. Nein, auch kein Schlitz. Komm, bitte. Go, let's go. Was ist das? Ja, kommt auf, mir. 82. Let's go. Let's go. Let's go. Ja. Hey. Schöne, es ist ja. Wetten, jetzt kommt bei mir Hazardtot zum ersten Pack. Ich schwöre, ich stoße da nicht ab. Ich entsp conservativt. In dem Layout. Beine, liteочки plus Hey. Bedikt, wann ist das? Ja, ich bin eso. Ich bin eso. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.